Hallo, ich bin Tim, der Praktikant von der Webweisen Media Company. Ich habe heute meinen letzten Tag. Hallo Tim! Ich möchte auch von dir wissen, wie dein dreilöchiges Praktikum bei uns war. Legendär! Sehr gut. Was war das coolste, was du bei uns in den drei Wochen erlebt hast? Der 11.11 mit den Aluminiumhüten und dass ich meine eigene Webseite machen konnte. Das ist cool. Hört sich sehr stark nach Programmierung an. Würdest du als Programmierer bei uns anfangen wollen? Ja. Okay, wenn du bei uns als Programmierer anfängst, in welcher Farbe würdest du deinen Ferrari bestellen? Ein Dreieck. Okay, habe ich mir notiert. Bestellen wir wirklich. Okay, wir nehmen natürlich auch noch ab und zu mal ein paar Praktikanten bei uns. Und was würdest du denen empfehlen, was die definitiv mitbringen müssen? Also erstens würde ich denen empfehlen, einen Nerfgang zur Selbstverteidigung mitzunehmen. Dann würde ich denen empfehlen, so einen Kuchen vielleicht als Begrüßung oder so oder als Abschied. Und beim Schreddern die Tür zuzumachen. Okay, cool. Super, Tim. Es hat super viel Spaß gemacht in den drei Wochen mit dir. Aber am Ende musst du leider trotzdem gehen. Tut mir echt leid. Haha. Das war super.